Hallo Clans Fittis, ich bin Andreas. Es ist heute Montag, wir haben ca. 19 Uhr. Jo, wie ihr sehen könnt habe ich hier Sauerkortsaft. Ja, das werde ich jetzt trinken, wie Pink Peach und X95 auch. X95 hat ja so eine Sauerkraft-Challenge gestartet. Es wäre jetzt so ungefähr vier Wochen her, aber jetzt habe ich gedacht, ich klasse jetzt mal mit. Also der Sauerkraut-Saft habe ich gekauft, letzte Woche. Ist ein Bio-Sauerkraut-Saft. Ist aus Milchsau verbohren. Ja, gewonnen ist er halt aus Sauerkraut, preishafter Sauerkraut, also Weißkohl-Mies auch vergoren mit Meersalz. Gewürzt und Küllagern und vorwärtschütteln. Geöffnete, geöffnete Kühlschrank Vitagra Alpa. Ja, und das wollen wir jetzt halt die Null-Konferflikte halt trinken. Ich hoffe, schaffe ich auch. Falls nicht, habe ich die Schnelleschalt verloren. Ja, dann wollen wir jetzt mal anfangen zu trinken. Das riecht wie Sauerkraut, ja. Ja. Hm, schmeckt nicht so, schmeckt nicht so. Genau. Ja, jetzt geht's doch. Schmeckt nicht. Heim Liter. Schmeckt nicht. 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 Ja, und ja, auf jeden Fall ist es saure, saure Geschmack-Geburtstag, da drin steht, ja, Milchsauber vergoren, das Milchsauber ist halt wie saure Milchsauber ähnlich, ja, das war es mir in dem Video, falls es gefallen hat, auch wenn es sich nicht geschafft hat, ich weiß, gut, dann grüße ich jetzt mal, grüße ich jetzt mal X95, danke für die Challenge, die du da gestattet hast, auch wenn es jetzt schon im, in der Filmografie war das, gestattet das, und ich grüße Pink Beach, die es auch geschafft hat, ich habe es nicht geschafft, so, ja, grüße ich jetzt mal alle Abonnenten, alle Tanzfittys, und die noch die anderen zukommen wollen, sage ich mal bis nächstes Mal, bleib fit und tanz fit, und dann sage ich mal, ciao, bye.